Moin! Eine neue Aufnahme-Session startet, ihr seht es, wir sind am Ausgangspunkt und müssen jetzt erstmal zusehen, dass hier alles seinen geregelten Gang geht, dass alle Fahrzeuge wieder auf den Kurs gebracht werden und alle wieder das tun, was sie sollen. Da tippen wir uns mal so langsam durch, nach und nach, die sollen mal schön alle schön waschi waschi machen, wie man so schön sehr, naja, die kümmer ich mich später, ja, der kann auch noch, der ist ja voll mit Wasser, ja, klar, meine Axions haben erstmal stumpf durchdrehende Reifen, das fängt ja gut an, da habe ich ja schon keinen Bock mehr, ich glaube, das war's, ich bedanke mich bei euch hier und sage, ciao, ciao, nein, Quatsch, ich ziehe das natürlich durch, selbstverständlich, trotzdem nervt es manchmal so ein bisschen. Achso, dann passen nur 100.000 Liter rein, na, haben wir ja, haben wir ja mächtig ins Klo gegriffen, egal. Ich will den hier mal eben aus der Ecke fahren. So, ja, hier habe ich ja den Test gemacht, wie viel ich denn mit einer Holzpalette, also 8.000 Liter Bretterpalette, setzt er um in 16.000 Liter Leerpaletten. So, jetzt gehen wir erstmal gucken, was er hier denn will. Weiß ja nicht, was, wieso er hier hingefahren ist. Ja, schafft er es dran vorbei? Ne, würde voll in die Bäume fahren. Okay. Bin ich denn hier? Mein Gott, ey. Das ist ja auch falsch, da sollst du ja auch gar nicht hin, sollst du ja Feld 7 Mühle, oder gibt es dich noch gar nicht? Ja, so hat sie noch gar nicht hin. Ja, ja, mal gucken. Ja, ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Boah, hieß du mehr auf'n Kegg? Ah, was ist das, mein Fernseher zeigt mir irgendwas komisches an. Oh. Oh. Oh, was machst du hier? Wie ihr seht schon, ich bin heute richtig gut drauf zu sprechen. Schauen wir mal weiter. Ich lass sie jetzt fahren, das ist mir jetzt völlig egal. Hier war ich jetzt mit Hafer unterwegs, was habe ich denn jetzt hier schon gemacht? Zellstoff müsste ich doch schon was haben. Jetzt müssen wir noch einen Ordner Holz in Stree. Stree. Ich mach jetzt hier gleich richtig, vernünftig Ordnung. Oder zumindest teilweise. 11,45. Ah, ich helfe. 11,56 Mühle, das ist Panama in Feld 5. Feld 7 Mühle. Feld 43, muss was hin? Was haben wir denn hier unten? Das sind alles Dinge auf einer kleinen Insel. Okay. Ich muss erstmal schauen, wo ich denn hier jetzt stehe. Weil ich muss ja zum Hofsilo. Das ist so cool. Ja. Oh, dann wollen wir mal einen Kurs aufzeichnen, den wir dann nachher universell einsetzen können. Hoffe ich. Ach, ich will das direkt verkaufen. Ich will das gar nicht zum Hufsilo bringen. So war das auch. Ich will das verkaufen. Hier lang fahren und zwar hier außen. Nicht, dass der automatisch hier Kompost abholt. Das wäre sehr ärgerlich. Und wir fahren das jetzt einfach hier zu diesem Getreidehändler. Weil ich will es nicht einlagern. Ich werde es nie brauchen. Ich habe genug Hafer bis Alice 19, schätze ich. Ich will jetzt Geld verdienen. Was kriegen wir denn für so eine Lade? Naja. 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 Oh. Naja. was ich nicht alles habe und was ich nicht alles verkaufen könnte da bin ich gleich mal gespannt ob der Kurs dann funktioniert wenn ich da zusammenbaue Temp oben und oben mal schauen wahrscheinlich hätte ich ein Stück vorfahren müssen oh wow und oben was ist das hier 21 21 ich muss eben gucken was er hier will die Wir verkaufen jetzt auf Teufel komm raus. Oh, das ging schnell. Leute, also, das war es jetzt für heute Vormittag. Heute Nachmittag gibt es die zweite Folge, 14 Uhr, wie gehabt. Ja, und ich habe ja gesagt, nächstes Wochenende, ich glaube, ich habe es gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, nächstes Wochenende Livestreams war natürlich Quatsch. War natürlich völliger Quatsch. Nächstes Wochenende gibt es noch gar keine Livestreams, erst übernächstes Wochenende, also am 19. Oktober. Vorher schaffe ich es nicht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Es wird dann auch ein bisschen rar werden mit Livestreams im November und auch im Dezember. Im Dezember fahre ich nach Hause, da bin ich irgendwie fast, ja, nicht drei Wochen, aber ne, um Weihnachten rum fast drei Wochen zu Hause und so weiter und so fort. Egal, es ist noch weithin. Das ist, da haben wir schon alles 19. Gucken wir mal. Aber, ich sage erstmal, danke und ciao. Für die Abos sage ich danke, für die Kommentare, die Likes und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann heute Nachmittag.